HONDAI NII SHAM WANDAI HANDAI KAAAI Teil 2! Vorhin Teil 2 Hallo! Willkommen zu diesem Video! Hallo! Willkommen zu diesem Video! Wir haben heute für euch den Japan Haul Süßigkeiten Teil 2 Dings Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch ihn mal da oben Und am Ende, verlinke ich euch das auch noch mal, falls ihr so reingucken wollt Und dieses Video fängt mit einer sehr komischen Sache an Ich hab Angst Hart, aber auch squishy Hat irgend so ein Pulver drauf Mit Pulver hab ich nicht so gute Erfahrungen wie im letzten Video Vielleicht mal riechen Das ist das gleiche einfach! Nee, das ist das gleiche Ist das das gleiche? Was ist? Ist das gut? Probier einfach mal Es ist anders Warte einfach! Irgendwann wird's nussig Und dann geht der Geschmack wieder Also Das ist komisch Erstmal hast du den Mundfall von diesem Pulver, der nach bitter und nicht schmeckt Die ist nachgeschmack Und dann geht's langsam so ins Beziehungsweise die Konsistenz ist Diesmal geht sogar diesmal ein bisschen Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig Gewöhnungsbedürftig wegen dem Pulver Aber danach schmeckt es etwas nach Nuss Was so den Geschmack etwas Milder macht Milder und runder Wieso krieg ich immer diesen eklavten Squishy-Teil? Das sieht aus wie Pancakes Da ist Schokolade drinnen Oh mein Gott! Und es ist so richtig eklavt weich Oh mein Gott! Da ist Schokolade zwischen Oh mein Gott! Es ist richtig weich Baaaaaah! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Es riecht geil Probier mal Riecht nach Chemie Es schmeckt okay Aber ich finde, dass die Creme sieht voll eklavt aus Wenn man nicht abbeiss das Das zieht sich so eklavt Ist nicht genug Schokolade Ich kann das nicht aufessen Mehr Zucker als Schokolade Und mehr Chemie als Schokolade vor allem Ach guck mal eine Omi! Was ist eine Omi die das macht? Heißt noch mehr Die hat wahrscheinlich so ne Hexe die das gemacht hat Alles klar Zitat Markus, das war doch schon eine Hexe, die das gemacht hat. Ja guck mal hier. Jetzt noch ein Löffel. Ja, mach auf. Markus, was ist das? Keine Ahnung, das ist ein Brotrümel. Für die Vögel. Was ist das? Riecht nach Mais irgendwie so. Ein bisschen zuzwecken, ein bisschen Maisel. Nichts. Ja. Was ich gerade esse. Ich habe einen Pulver. Tut man das in Wasser? Also steht nichts drauf. Soll ich mal Wasser vorbereiten? Nicht wohl mal Wasser. Nachher soll das auf Wasser drauf. Dann probel ich das mal drauf. Guck mal. Das gehört nicht ins Wasser. Oh. Es ist sehr intensiv. Aber es schmeckt echter als so. Als so Ahoy Brauer oder so. Ich muss ein bisschen reinschütten. Jetzt braucht ein Löffel. Ich glaube das gehört nicht ins Wasser. Und? Löst den nicht auf, oder? Es hat sich was getan. Oh, Maddox. Richtig, komm. Oh, Maddox. Nein, ich habe Pulver fallen lassen. Warte, ich habe, warte. Probier mal. Sieht das nach Masse aus? Ja, bitte. Oh. Markus, Challenge. Schmeckt ganz nett. Also, ein bisschen orange. Grüßchen. Ich trink dann meine. Wieso habe ich das gemacht? Und? Oh Gott. Schmeckt nach nichts. Das gehört nicht ins Wasser. Ja. Noch ein Mais? Oh Gott. Meistriegel. Das hatten wir schon mal letztes Mal, aber jetzt im Blau. Ich kann das gar nicht identifizieren. Das riecht nach Tomaten und Ketchup. Cheers. Cheers. Ja. Ich mag das irgendwie. Ja, weil man könnte es nicht so oft essen. Vor allem, dass es so Ketchup mit Schaf. Davor habe ich so Schiss. Weil da einfach ein Hummer drauf ist. Ja, kann aber auch, ähm. Das ist von chinesischem Restaurant. Es riecht nach Fisch. Ja. Ein bisschen. Und? Nachgeschmack. Am zweiten merkt man's, Hacker. Also nichts, was ich noch mal essen will, weil... Irgendwann schmeckst du dann nach Hummer. Nein, Maddox. Und ein Hase und ein Eichhörnchen und ein Vogel. Die Verpackung ist einfach immer so toll. Guck mal hier. Das ist voll schön gemacht. Das ist ich klar. Ich mache die Ekel aus. Machen wir den Mund auf und die anderen sagen, ja, ja. Hahahaha. 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 Diese Dinger hier. Du hast den Amon und sie warten förmlich darauf, mit einer schwucke in Kontakt zu kommen, damit sie sich auflösen können. Ist das noch eine? Das ist eine andere Sorte als die, die ich jetzt habe. Die ist echt komisch. Hahahaha. 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 Das schmeckt... Wenn man das mal macht, dann schmeckt das wie Gras. Was ist das? Eine grüne Verpackung. Und eine blaue. Das sind diese Stempel. Kennst du die? Nein. Die kann man irgendwie auf die Zunge, glaube ich, machen. Hahahaha. Hahahaha. Das ist einfach nur blau. Also so sehen die Stempel aus. Also die haben hier so ein Stempelmuster drauf. Und sind auch so gebaut, dass man das... Waaah. Mh. Man hat dann da was auf dem Ding. Das Pink schmeckt auch hier besser. Aua. Das ist Käse, und? Nein, das ist ein Maiskolben. Mit einem Farbstift. Also diese Maiskolben sind wahrscheinlich dunkel angemalt. Ah! Der Griff ist so hart! Aua. Ich rief es nicht. Ups! Ich will nicht essen! Ich will mir auch essen. Schia-Samen. Päse. 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 Weiter. Päse. Päse. Oh jaaaa! Ich wollte sie jetzt auch ziehen. Wieder Mais. Ich vermute mal, dass es einfach so Essig-Pulver ist. Das ist mir langweilig. Das wird so ein intensiver Pulverknochen. So ein Mini. Das sieht aus wie Kaugummi und ein sehr starker Ruch. Da sind nur noch vier Stück drauf drin und dann wirklich Kaugummi. Kaum in der Pfote zerfärbt, weil da so viel Zucker drin ist. Das schmeckt angenehm nach Blaubeeren, aber viel zu weich. Das ist eine komische Flasche oder so und die kann man so zerdrücken. Ach, da drin sind so Perlen-Streusel-Zeug. Die schmelzen sofort. Die lösen sich sofort auf. Das ist wie... Das ist wie... Wie heißt das? Anika. Irgendwie schmeckt das. Weil ich mach dir. PANDARO. Sehr krümmig. Das riecht nach normalen Plätzchen. Mit Kokos. Äh... Ich hasse Kokos. Hör gar nicht voll gut, wenn man Kokos mag. Kokospläckchen. Aber chemisches Kokosaroma. Das ist ein komisches Plättchen. Das sieht aus wie gemäse. Bah! Riecht mal! Das ist mega klebrig. Als ob das Japaner Essen... Iiiiiiii... Iiiiiiii... Bah! Du willst das... Nimm es nur einmal an Trösten im Mund! Süß-sauer! Wasabi? Ja... Wasabi? Ja... Das ist hoher als Abton... Fisch! 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 Iiiiiiii... Getrockneter Fisch! Hello Kitty! Jaaaa! Das ist wieder so... Spongebob-mäßig. Die Konsistenz... Warte, das ist... Marshmallow... Wie Marshmallow sieht das aus? Das ist so eine Kack-Muss-Frage! Ja, mein Gott, du wohnst heute mit Fisch. Dann macht's da gar nichts. Nur ein bisschen Schokolade. Nachher möchte ich mit diesen Mais-Dingern... Das sieht wieder aus wie normale Mais. Mit Schilfkröten. Die lächeln. Also kann das ja nur gut sein. Komm, gib mir jetzt sofort, schnell! Wie die anderen Dinger. Nur, dass die jetzt herfallen. So, ich hab'n ganz fettes Papier... ...mit Blumen drauf. Ist das squishy? Ne, das ist hart. Wir wollen das dann feilen. Baaah! Sieht aus wie so'n Her... Ist das ein Apfel? Ist das ne Kirsche? Es sieht aus wie ne Kirsche! Die ist wahrscheinlich jetzt so richtig komisch eingelegt. Wie ist das? Wer ist sowas? Damit wird Sauerkirsche neu definiert. Was nehme ich? Ich nehm' diese Kugel. Kann man die Platz verlassen? Ne, kann man nicht. Die ist auch wie ne Miniballe-Kugel. Ich schneid' das jetzt auf. Baaah! Wunderbar. 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 Wieder so was, was ich sofort auflösen will. Ist richtig meldig von der Konsistenz. Auch richtig. Letzte Süßigkeit! Letzte Süßigkeit heute sieht aus wie Bakterien! Könnte man als Glasur irgendwie verwenden. Mh. Mach doch nicht so! Dann haben wir nur Zucker! Einen grün und ein gelben. Mh. Ne? Was waren deine Tops? Was waren deine Flops? Also ich muss ja sagen, das hat mir jetzt mega aufgefallen, dass das erste Video von Tops überwoben ist und das zweite Video von Flops. Mein Top war die Zuckerwatte. Oh mein Gott, die war so geil! Die war so geil! Und diese Maisdinger, alle eingesehen, fast alle! Ich fand den ersten und das zweite Maisding geil! Und die Flops natürlich! Die Kirsche! Boah! Und dieses Wasabi-Teil! Das Wasabi-Teil! Und die Squishy-Dinger! Boah! Ja! Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das auch für sowas machen können, weil das macht uns wirklich Spaß, neue Sachen zu entdecken. Tschüss! Tschüss! Tschüss!